Alles Lob gewirrt Allah, der Friede und Segen sei auf seinem Gesandten, auf seiner Familie und auf all seinen Gefährten. Wir fahren fort mit unserer Reihe rund um das Gebet und sprechen in dieser Aufnahme kurz und knapp über das Gebet als Gradmesser und auch als Pflicht, die es nicht zu unterlassen gilt. Das Gebet im Islam wird allgemein hin als die Stütze der Religion bezeichnet und es ist die mit Abstand wichtigste Tat nach dem Glaubensbekenntnis. Und es ist die unaufhörliche Verbindung zwischen dem Muslim und seinem Schöpfer. Es wird die erste Tat sein, nach welcher der Muslim am Tage der Auferstehung befragt wird. Und der Gefährte Ibn Masud, radiallahu an, sagte, bei Ibn Abishayba findet man das, von Sheikh al-Albani als Hassan eingestuft, folgendes. Ibn Masud sagt, Das heißt, keine Religion für jenen, der kein Gebet hat. Das sagt der große Gefährte Ibn Masud. Und Omar Ibn al-Khattab, der zweite Kalife in der Geschichtsschreibung des Islams, sagte im Zuge des Attentats, welches man auf ihn verübt hat, folgendes. Für all jene, die das nicht wissen, er wurde zum Märtyrer dadurch, dass man ihn während des Fajr-Gebets attackiert hat und er dann auch im Zuge dieser Attacke dann seine Verletzung erlegen ist und so auch gestorben ist. Und er sagte, in diesem Zustand, wo er quasi blutete, sagte er, Derjenige, der das Gebet unterlässt, hat keinen Anteil am Islam. Das sagt Omar Ibn al-Khattab bei Imam Malik Muatta und auch von Sheikh al-Albani als Sahih eingestuft, diese Worte. Und der Prophet Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam sagt bei Ibn Abishayba vom Hadith Tamim ibn Salama, sagt er, Das heißt auf Deutsch, dass der Prophet Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam sagt, Die erste Tat, nach welcher der Diener am Tage der Auferstehung befragt wird, ist das Gebet. Sollte es von ihm angenommen werden, so werden auch seine restlichen Taten angenommen. Das heißt, dass mit dem Gebet begonnen wird und wenn dieses Gebet angenommen wird, dann wird auch der Rest angenommen. Das Ding ist, dass dieses Gebet auch nur dann angenommen werden kann, wenn es hier stattfindet. Wenn jemand nicht betet, dann braucht diese Prüfung auch gar nicht stattfinden. Und Imam Ahmed sagt dazu in Tabakat al-Hanabila folgendes. Er sagt, Das Gebet ist das Letzte, was von unserer Religion bleibt und es ist das Erste, wonach wir in Bezug auf unsere Taten schon morgen am Tage der Auferstehung befragt werden. Nach dem Wegfall des Gebetes gibt es weder Islam noch Religion. Wenn das Gebet das Letzte ist, was vom Islam geht, so verschwindet am Ende jedes Teil und somit das komplette Ganze, wenn das Endstück fehlt. Das sagt Imam Ahmed. Und die Muslime sind sich darüber einig, dass jemand, der das Gebet absichtlich unterlässt, eine der schwerwiegendsten Sünden überhaupt begeht. Wesentlich gravierender als Raub, Mord, Drogen oder Menschenhandel oder, oder, oder. Als Zins, als Wucher, als Ausbeutung. Stell dir vor, was du willst. Gebet übertrifft diese Dinge alle zusammen bei weitem. Wenn man das Gebet nicht verrichtet. Und das Urteil über jenen, der sich das zu Schulden kommen lässt, nicht zu beten, ist unter den Gelehrten höchst strittig. Und damit ist gemeint, dass es höchst strittig ist, ob er überhaupt gewaschen wird, so wie ein Muslim nach seinem Leben ja in der Regel gewaschen wird. Und ob er auch überhaupt mit den Muslimen am gleichen Ort beerdigt wird. Das ist höchst strittig. Insofern, wenn du Zuschauer noch nicht zu den Betenden gehörst, dann würde ich mir das jetzt zweimal und dreimal überlegen, ob ich denn nicht jetzt gleich damit anfangen sollte. Darüber hinaus ist über das Gebet Folgendes zu sagen. Im Musnad von Imam Ahmed steht, dass in Anwesenheit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, das Gebet erwähnt wurde und er Folgendes sagte. Jener, der das Gebet bewahrt, wird am Tag der Auferstehung Licht vorfinden, einen Beweis haben und errettet werden. Und jener, der es nicht bewahrt, wird weder Licht haben, noch einen Beweis haben und auch keine Errettung finden. Und er wird am Tag der Auferstehung auferweckt werden. Mit Garun, Fir'aun, Haman und Ubeyi ibn Khalif. Mit diesen vier Tyrannen und Übeltätern der Menschheitsgeschichte. Das bedeutet, dass jener, der nicht betet und auch nicht darauf Acht gibt, am Tage der Auferstehung mit den Köpfen des Unglaubens zusammen erweckt wird. Anstatt, dass man sich jetzt bereits hier im Diesseits mit den Muslimen in Reihe und Glied aufstellt, so wie es der Prophet und seine Gefährten getan haben, anstatt dem nachzukommen, zieht man es vor, diesem Gebet fernzubleiben und als Quittung dafür, am Tag der Auferstehung mit wem auferweckt zu werden? Nicht mit Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nicht mit Abu Bakr, nicht mit Omar, nicht mit Ibn Abbas, nicht mit den Gefährten und den Propheten, sallallahu alayhi wa sallam und auch nicht mit Musa, sallallahu alayhi wa sallam, sondern mit den Feinden von Mohammed und Musa, alayhi wa sallam. Mit diesen Leuten wird man auferweckt, wenn man das Gebet unterlässt. Und das sind die Worte des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam. Also sollte man es hier bitte nicht drauf ankommen lassen. Und im Koran gibt es auch etliche Stellen, die darauf hinweisen. Eine der bekanntesten Stellen, wo gefragt wird, Was hat euch in Saqqar, die tiefste Stufe des Höllenfeuers, befördert? Und sie werden sagen, Das heißt, wir waren nicht von den Betenden. Das werden die Leute sagen, die in die tiefste Hölle hineingestoßen werden. Und darauf sollte man es bitte nicht ankommen lassen. Und die Namen, die vier Namen, die in dieser Überlieferung erwähnt wurden, wurden nicht einfach so gewählt, sondern steckt da ein tieferer Sinn dahinter. Wer sind diese Leute erst einmal? Ganz kurz. Was haben wir gesagt? Darun, Fir'aun, Haman und Uwey ibn Khalif. Die ersten drei sind aus dem Zeitalter von Fir'aun, der ja mitgenannt wurde. Das sind halt seine Schergen gewesen. Also Qarun und auch Haman. Fir'aun selber wird genannt. Und Uwey ibn Khalif ist aus der Zeit des Propheten, sallallahu alayhi wa sallam, und war ein erfolgreicher Businessman, ein Kaufmann. Und in der Regel sind die Hauptgründe, Ausreden dafür, dass sich jemand vor dem Gebet drückt, Gründe, die mit den Eigenschaften dieser vier Tyrannen zusammenhängen. Das wäre einmal der Besitz, die Herrschaft, wie bei Fir'aun, die hohe Position von Haman, oder auch das Business, das Geschäft, wie bei Uwey ibn Khalif. Und wenn du jetzt aus Angst davor, deinen Besitz zu verlieren, nicht betest, dann wirst du mit wem auferweckt? Mit Qarun. Wenn du Angst davor hast, deine Herrschaft zu verlieren, dann wirst du mit Fir'aun auferweckt. Und wenn du um deine hohe Position in einem Unternehmen oder unter irgendeinem Herrscher oder was auch immer, wenn du darum fürchtest und deswegen nicht betest, dann wirst du mit Haman auferweckt. Und wenn du ein erfolgreiches Business hast, einen gut gehenden Dönerladen oder Schawarma-Laden in Berlin-Neukölln, der dir keine fünf Minuten Ruhe lässt, um auch mal den Gebetsteppich auszurollen und dort zu beten. Wenn du das als Grund dafür nimmst, nicht zu beten, dein erfolgreiches Business, dann wirst du mit Uwey ibn Khalif auferweckt. Mit diesen Feinden der Propheten wirst du auferweckt und nicht mit den Propheten. Dementsprechend ist das hier einfach nochmal eine ultimative Warnung an denjenigen, der auf sein Gebet nicht achtet und erst recht auf denjenigen, der gar nicht betet. Und schließen wir diese Sitzung jetzt mit folgender Überlieferung noch ab. Einfach, um auch aus freiwilliger Sicht den Stellenwert des Gebets nochmal hervorzuheben. Und zwar sollte man auch darauf achten, je nach Umstand, dass selbst wenn man sein Pflichtgebet schon gebetet hat und dort eine Gemeinschaft sich zum Gebet aufstellt, dass man dann nicht einfach so links liegen gelassen wird und nicht betet, sondern dass man sich dieser Gemeinschaft auch anschließt, wenn man bereits gebetet hat. Und das geht auch aus dem Musnad von Imam Ahmed hervor und steht auch an Imam Malik, seinem Muatta und auch bei Nasa'i und auch bei anderen. Ein Gefährte mit Namen Mihjan al-Eslami befand sich in einer Sitzung mit dem Gesandten Allah, sallallahu alayhi wa sallam, als zum Gebet gerufen wurde. Der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, stand auf und als er zurückkam nach dem Gebet, saß Mihjan, dieser Gefährte, noch immer an seinem Platz. Und so sagte der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Was hat dich davon abgehalten zu beten? Bist du nicht ein Muslim? Und er antwortete, ja, doch bin ich, aber ich habe bereits mit meiner Familie gebetet gehabt. Und so sagte der Gesandte Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Wenn du herkommst, dann bete auch mit den anderen Menschen, selbst wenn du bereits gebetet hast. Das heißt, dass selbst wenn die Pflicht von dir schon erfüllt wurde, du trotzdem einfach nicht den Anschein erwecken sollst, nicht zu beten und dort rumzusitzen, wie bestellt und nicht abgeholt. Dass das einfach nicht diesen falschen Eindruck erweckt. Selbst darum sollte man sich Mühe geben, gleichwohl die Pflicht eigentlich schon zuvor erfüllt wurde. Natürlich, hier auch noch als kleiner Hinweis, muss das nicht immer und überall gelten. Beispielsweise, wenn du jetzt auf einem Rastplatz in der Türkei oder zwischen Mekka und Medina auf einem Rastplatz bist, da bei Sasko zum Beispiel, und du suchst die dortige Meschid auf, die Musalla, betest dort mit deiner Reisegruppe, dann wirst du sehen, dass dort alle zwei, drei Minuten eine neue Reisegruppe hineinkommt und dann auch immer wieder ein Gemeinschaftsgebet verrichtet wird. Und sollte es im Zuge dessen dazu kommen, dass du zehn Minuten die Füße ausstrecken willst, weil die Reise dann noch gute 200 Kilometer weitergeht, bis Mekka oder bis nach Medina, unter diesen Umständen müsstest du jetzt nicht dich mit jeder Gemeinschaft wieder hinstellen und beten, weil das dort so oder so Gang und Gäbe ist an so einer Raststätte, dass halt immer wieder eine Gruppe betet, eine andere nicht, dass manche die Füße ausstrecken, dass sie sich ausruhen und so weiter und so fort. Das wäre jetzt zum Beispiel ein Umstand, wo man das nicht unbedingt so in die Tat umsetzen müsste, wie hier vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, gefordert wurde. Aber wenn man jetzt, weiß ich nicht wo, die Tipp Chorweiler, ortsansässige Moschee, wo jetzt nicht unbedingt jede zwei Minuten ein Reisender auftaucht, wenn man jetzt dort ist oder weiß ich nicht wo, eben an einer ortsansässigen Moschee, dann sollte man vielleicht schon darauf Acht geben, nicht einfach so am Seitenrand sitzen zu bleiben, sondern sich einfach freiwillig der Gemeinschaft dann auch anzuschließen. So, es geht in der nächsten Folge, inshallah, weiter. Subhanakallah, bihamdik, eshedu wa la ilaha illa end, astaghfiruka wa turbu ilik. Bia 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 Vielen Dank.